hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde minecraft wie ihr seht mein standard team tommy und chester sind wieder da bekommen wir zwei und was machen wir heute was hat aus gott was was hat also ja stimmt mit der auf einmal screenshot gemacht jetzt hat er es sind die normen ja gut was man heute ich will er immer noch weiter machen wer hat es auf den Knopf gedrückt welcher ist es noch gestattet größer.de aber ganz das ist er ist in der nächsten Punkt die es gibt es schon aber auch keine Knaststoffe die Bräder warte wird uns schon was einfallen da ist er heilig ist alles also mit der nächsten Folge wäre ich mit dem Knast zufrieden warum? wie lang? keine Ahnung hat eigentlich nur jemand von dem ich ärter ja ja das ist cool ich war nur glücklich ja ich komme immer mit zu meinem Haus und gebe ich dir weg ich darf dich ja mal guck mal hier ist ne klingel ding dong ja meine geht ja nicht mehr meine wurde ja unterspült ja hat sogar die Tür aufgelassen das heißt wir können rein ja wie viel blommisch willst du haben? äh 7 misst rein du kriegst anderthalb du bist im Kanon äh gehen wir mal nicht hin ja das brauche ich nämlich für nein doch damit ich da danke schön damit ich da boah ähm mein geläht soll ich bauen können ja bitte die Gartentür schließen ist schon zu oh bitte das Gartentürchen schließen ja ich will keine Küche vor mein Haus sagen jetzt würde ich wieder explodieren können Pum Ka-pum oh ne da laufen Ma-pum hm ja wenn euch wundert hier hab ich ne kleine kleine Co-Pelstone generator hingesetzt Co-Pelstonesform wenn ich welche brauche ich weiß es ist bisschen Schwachsinn hier wenn man hier jetzt was für auf den Co-Pelstone im Berg kommen wo kommst du her ich wollte gucken ob ich dir da oben helfen kann aber ich habe kein zeug gefunden ja das ist alles noch vielleicht haben wir irgendwann mal reinpacken so äh du machst mal runder halt dass durchgebrannt ist Stix Stuttgart um Kostik ist die Hälfte als wäre das eine Uhr Deine Pistons ist nicht ja wenn ich hierhin stößt das ist da hat sich gepflegt er ist ja wie ne uhr hihihi er war auch klar aufzuticken die jungen die kündigte die da haben wir schon hab ich nämlich schon ein bisschen angefangen weiß halt nur noch nicht wie ich das hier mache wo ich das hier anbringe und hier ein kleines Dach haben wenn da oben so spitz wird aber ein Weg machen ich hätte nicht auf die Seite hier ich überlege gerade würde dass eigentlich mein Cruiser wenn man einen Schalter betätigt und sich dann zwei Gänge öffnen kannst du kopieren ja ich weiß ich überlege gerade ob das gut aussehen würde weiß ich nicht ich hab mir noch nicht überlegt wie ich hier meine Decke mache etwas ich hab zwar schon angefangen mit hinterzwiegeln ich habe schon ein niederzwiegelt wo unten eine niederzwiegelt Decke wäre doof wenn man es leicht machen kann warum macht es dann umständlich wenn ich es leicht machen kann warum mache ich es umständlich warum einfach rein so umständlich geht warum einfach rein so umständlich geht oh weshalb was das ist ja was für die Decke mal einfangen ok hier wäre kein Glas doch das ist kein Glasdecker mein Glasdecker passt hier nicht möglich Blitzbalken guck mal was ich an Holz habe ich glaube ich mache jeder Bestützbalken mit Holz gucken wo ich mein Holz habe da haben wir den Stein noch hier haben wir auch das ist ein Stein hier auffällt es da noch Kratzenholz Eichenholz eigentlich werde ich erst mal auf dunkles Holz gehen also in der Schwarz-Eichenholz oder äh oh ich kann Sandsteine äh Sandsteine Sandsteindecker zum Beispiel hätte auch nicht schlecht aussehen noch ein bisschen Sand ja und das Sand wird nicht reichen und wie das ausschaut muss ich meine Sätze anstellen und wir schauen doch ja Tja was wissen wir ein Zombie wo au blöd 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 der Schiessertuch und so nicht wird hier vergessen können wir doch und lassen sollen wir doch sein er ist auch mit Feuerfallen auf mir auf mein Haus zu schießen du spinne es auf dem Fall der Prostetzer mich geschehen wird auch eben jetzt mein Dach abbrennt dann brennst du gleich auch das sage ich dir ein Dach brennt dann nicht abbrennen Hach ist die Spitze der Schmerzen von Fein er sind noch mit Prozent über die Aumung Krippau ich bin schon bereit um mich gleich nur hier unten mit dem monstach und es ist ja aufklassend ach wie geil dass da ist ein creeper der sieht aus wie ein äh wie ein fliegenpilz wenn es steht noch ein Punkt aber kräftet oben kommen auch gut die fächer abknallt und läuft es dann ich will auch ein feuerfallbogen haben finde ich cool diese dinge in total eigentlich auf dich Arschloch ich glaube ich hatte diese mal Buch dafür gegeben passt doch mal bitte auch wenn dieser Feuerfall für die Brücke anzubrennen das so wieder aufbauen ich sag's dir die Farbe und es geht uns dann ja weh wenn doch kommt man zum Jura du bist zu gefährlich im Oben da oben und was kommt man an seinen Sandstein noch? was kommt man an seinen Sandstein noch? was kommt man an seinen Sandstein? gibt's da auch noch? genau komm mal eigentlich kann man noch schädlich Schüsseinstellung klappt auf seinen Stein echt auch keinen nein wirklich oder? das ist erstmal aber mach mal jetzt klappt auf seinen Stein so ne Endertruhe kann man doch richtig schön das wertvollste Material aufheben gell? ja da kommt ja kein Arsch dran ja doch und du ja ich bin der Oberarsch ich bin der Oberarsch haha nein 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 mh doch 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 mh nein mh doch und doch obwohl klar mh das wüsste ich du weißt sowieso nix auch vor 100 Teil sind also wie es heißt nix weiß so wie es heißt heißt das aber manche auch die Klasse ähm ja anderes Thema dann muss ich holen das Sandstein reicht nicht aus äh was ist das? ein Prisma Block ok hm das ist schon eine Sohle jetzt muss ich holen das ist mein Glück ist ja noch glaube ich von der Sonneaktion mit dem äh mit dem Wächtertempel da ja ich hab hier so diese Prisma Scheiben noch ich wollte grad gucken was man so damit machen kann ich weiß überhaupt nehmen wir auch an ob man überhaupt was damit machen kann ja Prisma Ziegel und das heißt Prisma Stein äh Prisma Scheiben machen das sind die komischen Steine die dann dann wäschtert ein bisschen ja ja aber was bringt einen das so weit als ist das praktisch den Kaufstein oder? du kannst nicht nur Prisma Ziegel du kannst auch Prismarin machen du machst da einfach nur vier äh vier Felder mit einem Prisma Scheibe dann kriegst du ein Prismarin raus krass was machen wir mit dem Prismakristall? keine Ahnung kannst du äh musst du mal bei Wikipedia angucken da sind die Rezepte dafür drin ja das mache ich jetzt auch während der Aufnahme die Leute werden mich mal wieder lieben wenn ich die Aufnahmen unterbreche deswegen ja guck mal danach kein Problem ähm schimpft doch nicht aber gleich kommen mal hin zu mir höh ach so das war noch die Schneeblöcke ich weiß nicht was ich halt machen so echt ich wollte ich was wir aber nichts zum geben zum helfen kannst du mal Sand holen Sand 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 na Sand und Sandsteine na gut dann gehen wir doch mal gucken was brauchen wir denn wir brauchen eine Schaufel Dunkelholz aber Holz kann ich selber holen da brauchst du dich nicht dunkeln ähm und die Äxte ich nehme ich mal äh Schwarzhaalzeichen holen ich denke das Schwarzhaalzeichen passt gut als Stützfeiler ja naja das hört sich doch nicht schlecht an rein und das Schwarzhaalzeichen hab ich echt nix mehr an Holz da doch sag ich doch 1 2 3 noch gucken wo die Schwarzhaalzeichen schwarzhaalzeichen man mit nur mit der Seite wenn ich den mit dem Trümmerkulte hab er wird auch noch nicht Punkt äh das Problem hatte ich auch jetzt wird auch gucken wo die Schwarzhaalzeichen äh der Schwarzhaalzeichen äh der Schwarzhaalzeichen äh der ist wenn du Richtung vorne gehst wird wird den Weg äh wir haben doch ein Schwarzhaalzeichen 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 den kannst du doch an das ist auch nur ein Schwarzhaalzeichen ja und hälst du dich so ab und tust du es wieder aufforsten Tommi wir haben viel mehr Arbeit einfach Richtung Spawner gehen ich bin gerade am Spawner ja dann in die richtung müsste gehen weg von der stadt dann kommst du da genau ich bin schon da wenn so viele schaffen die nur die alle herkommen noch nie das kann ich das ist in der Schraube sagt auch keiner der Pilze ich er hätte mich auch eine Kuh gefunden das gefunden eine Kuh gefunden er hat aber nicht das Geburt was er mir bringen sollte nein ich wollte Leder haben die Kälte geht die Kuh genau Kölko hoch noch ein Kuh noch mal die Chance auf Leder n n ah ja Leder gefunden auch preisig noch mal das soll wenn ich bin höchstensperren bei dem kann man in der Stadt nur die ist in irgendeinem dunklen Raum okay ich meine so letztens hatten wir hier ja Sand gefarmt und da haben wir Sandstein freigelegt also bauen wir diesen Sandstein jetzt ab den Randstein klar immer doch was kann ja ansteigen Stadson steigen in das Verbrecher was das für Verbrecher mit der Versprecher mehr genau das ist mein Axt, äh, mein Spitzhager kaputtgegangen. So eine saue Ei. Und meine ist auch gleich weg. Muss ich mit zwei neue Spitzhagen schnell craften. Du, 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 du. Aber je, äh, ich weiß nicht, irgendwie spiel, äh, mag mich das Spiel nicht. Warum? Wir sind schon wieder bei... Wir haben jetzt schon noch acht Minuten Aufnahme und jetzt fängt das schon wieder bei mir zu lecken an. Ochtminuten, ne, 21. Wir haben nur noch acht Minuten Aufnahme. Oh. Wir sind ja bei 21 gerade. Merkwürdig, ich finde einfach diese Spinne nicht. Vielleicht irgendwo... in einem Berg unter deinem Keller. Ja, ja, ich hab ja hier bei der Karte geguckt, äh, aber, äh, ich kann hier halt leider grad nicht gut drauf erkennen, äh, wie weit höher oder tiefer die ist. Ne. Das Symbol kann ich halt gut erkennen, das heißt, dass es in meiner Nähe ist, aber das bedeutet somit auch, dass das an die fünf Blöcke Unterschiede oder mehr sein können. Könnte das eventuell daran liegen, dass ich mein, äh, Lagerbereich für die Aufnahme auf C habe? Nein, was? Mein Lagerbereich für die Aufnahme, das ist ja auf C, aber warum das dann bei mir so leckt? Nein, es ist halt. Eigentlich nicht. Ich kann sagen, eigentlich dürfte das nix ausmachen. Ich hab mein Lagerbereich bei meinen Aufnahmen auch immer auf C. Ja, es kommt halt drauf an, wo... ...etwas grad spielst und... ...eine Karte aufnimmst und... ...ja, aber klar, wie ist man... ...so hat ja nur heißen, dass das nix ausmachen dürfte. Wo muss eigentlich deine Aufnahme nicht auf das andere, auf die andere Westblätter, oder geht immer noch nicht? Doch, doch, die läuft mittlerweile. Ja, ich weiß nicht, vielleicht war ich bis zu dem Punkt noch zu faul, um zu stellen. Oh. Ich muss echt, äh, in der nächsten Folge, äh, unbedingt Schleim finden. Wie viel brauchst du denn? Genügend. Warte, äh... Hier. Ich glaub, 21. Wuh, was willst du machen? Wäh, kennst du mich doch, ich und meine Gänge. Hm. Hm. Ne, ne, der ist mir zu groß. Jetzt mal der. Ja, 21, so rum. Warst 21 Sticky Pisten? Hm, ja. Werdest du kein Ding, warum saust du da nix? Ich glaub, wir waren Steck voll davon. Von den Sticky Pisten? Ja. Da kann ich mir was weiter nehmen. Was soll ich da, sag ich? Kann ich ein paar haben? Müsste ich die auch selber geben, weil ich die in einer drohe. Ah, das ist ja kein Ding. Da ist ich. Könnte zu dir dann gleich kommen hier. Ich den hier weg hab, den Punkt. Ja, kannst du machen. Und ich dir die geben. Ja, das ist ja nicht so, dass ich die Farben abgerissen hab, die zwei. Sonst waren ja drei. Stimmt, da sind ja einige rausgekommen wieder. Genau. Das ist ja so, dass ich mir hier nicht mehr bin. Wovor ich jetzt bin mir hier nicht mehr. Ach, ganz. Wissen Sie noch, was gestern Plattrack gesagt hat? Äh, nein. Zum Thema Minecraft? Leider nicht. Warum? Ei, ähm... In der Türkei wird jetzt demnächst Minecraft verboten, weil es angeblich zu brutal sei. Oh. Okay. Finde ich sehr lustig. Aber ich... Das blöde ist gleich jetzt nicht. Aber die, äh... Jugend von heute darf in der Türkei Call of Duty spielen. Weißt du? Mhm. Und das uns zensiert. Also, äh... Irgendwas ist doch da ziemlich falsch. Auch komisch, aber... Oder vielleicht, ähm... Wollen Sie das verbieten, weil man hier auf die, äh, damalige Kampfmethode setzt. Weißt du? Zuerst mit, äh... Stöck und Stein. Und dann mit Schwert und... Und... Hast du nicht gesehen. Bei Call of Duty musst du erst dir eine Waffe besorgen. Ja, äh... Ganz ehrlich, bei Call of Duty. Allgemein, was... Ist beide so. Die Waffe muss ich ja hier auslaufen. Ja. Aber hier wird, äh... Mehr oder weniger, kannst du hier schon gleich mit einem Stock jemanden umhauen. Äh, äh... Call of Duty kann auch clever sein mit einer Post umhauen. Ja, auch noch besser, also. Ja, die Türken, die haben manchmal... Kannst du nicht... Kannst du nicht mehr hier sein? Darf ich doch in deinen Hintereinkommen rein? Äh, ja, mach mal. Ich fühl's nur ein bisschen blödsinnig, also echt. Wenn ich reinkomme, oder? Minecraft wäre zu gewalt, äh... Nein. Du musst deine irgendwo wo unten, ne? Das kann man doch keinen erzählen. Änder-Truhe, Änder-Truhe. Warten, ist eine Änder-Truhe? Ja, hatte was am Geheimfang unten. Ja, halt, das hier ist noch kein Geheimfang. Das ist einfach nur ein Schacht. Hm. Hier hast du 61 Stück. Danke. Ein. Also, so viele bräuchte ich eigentlich nicht. Äh, jetzt hast du... Äh! Äh, äh, äh. Soll ich das fähig. Ja, da würde ich mich grad einschleiten, oder? Äh, bin noch ein liebenswürdiger, also. Mit einem Spinnnetz, jem. Muss man sauber machen, hier. Hä, das ist jetzt noch ein Spinn. Hm. Nein, nur noch mal noch. Ja, noch knapp ne Minute. Ich bin auf dem Weg zurück. Ja, ist jetzt schon mal ein Medifiler. Hm. 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 Ich bin auf dem Weg gestorben. Oh, es läuft sogar kleiner zu mir um. Da hinten ist schon da ein Creeper. Hm. Äh, das ist jetzt. Hilfe. Jede Menge Zombies, jede Menge Hillz. Also, Skelette mit, äh, Bogen. Passt wirklich zu mir. Da war wirklich damit so, so ein, so ein, so ein Bogen nah. Und da war auch so dünn wie ein, äh, wie ein Skelett. Der Monsieur Hilt. Hm. Hm. noch ein creeper ich krieg ich hab's doch die Stufen. Bei mir auf dem Dach. Alles klar. Oh, was anderes. Weil, ich blöd, weil ich suche die Stufen. Und hab's doch immer im Winter. Danke. Ja, hab ich doch zu hoch gebaut. Scheiße, die kommt auch hier rein. Haha, hier kommst du nicht rein. Jetzt kommen die über das Dach, oder was? Warte, die Spinne ist auf dem Weg nach oben. Na, sie kommt. Die kommt dann hier. Aha. Echt nicht? Nein. Ich brauche ein Vorderhaus. Hehehehe. Du kommst hier nicht auch. Weil ich doch ein Vorderhaus habe. So, wo bleibt es so? Okay. hier, distracted. Dann weg. Wenn du grüßtest du schon. Dann kannst du mal dein Sand, und dein Stein, äh, dein Sand, und dein Stein, den wir mitgebracht haben. Nee, von mir. Ja, echt. Der ist scharf. um sie ist um die ja hier unten unter mir bestimmt Ui 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 Nein wecklein meine Steine kommt gleich zur Platten sein Steinmauern hey das ist hier wie ein geiler Aussichtiger der öfter Ort anfangen abzumachen und rein und auf zwei KM her kommen auf seine Terrasse oder was haben wir das hier darstellen soll das ist eine unfertigte Terrasse unfertigte Terrasse ja unfertigte Terrasse ey das ist cool da haben sie zu verrufen Gebäude im Blick ein Schwenk haben unter die Windmühle und mein Gebäude im Blick aber leider ein Pistengeräusch und sie ist sogar überdacht so dass man nicht nass war beim Regnen ne das ist das andere Ding auch das Pistengeräusch das ist das ist nicht so schlimm das ist nicht so laut ja das ist bestimmt hm das ist doch genau ja das ist ja hm ok was ähm wollt ihr noch jemanden grüßen hm ich will den grüßen ja ja ich grüße normal alle Zuschauer alle Argumenten alle ja spontane Zuschauer Biene grüße ich ganz herzlich ja dann wirst du wieder freuen wie aber ich glaub doch du bist doch genau da ein kleines Problem ne ne ab ner bestimmten doch weite kommt er einfach nicht mehr weiter kann er gar nicht mehr produzieren ja das ist mit Lava dann müsste ich da auch aufhören und aufhängen dann befindet sich bestimmt ein Buck drin mit dem Lava und Wasser ja das kann sein das aber kannst du ja gleich überprüfen der Steine schnell genug und nachher drauf ähm ja ich grüße auf jeden Fall noch die ganzen spontanen Zuschauer unsere Abonnenten sprich Jazzstars Tom ist meiner die lieben Fans Freunde Community und alle die gegrüßt werden wollen jo nun kann ich einfach mal sagen man hört sich man sieht sich und liest sich ciao tschüss tschüss das ist die